Hey Leute, ja, ich möchte euch mal ein kleines bisschen was abfragen. Und zwar geht es sich darum, ich wollte ja eigentlich ein Live machen mit der Reef Factory. Und die Reef Factory ist natürlich immer im Brass und keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Eigentlich wollte ich ja ein Live machen, aber zeitlich passt es nicht so, dass euch da draußen das was bringt. So, jetzt haben wir uns überlegt, was können wir machen. Und wir machen das jetzt ganz einfach. Wir gehen jetzt hin und ihr stellt eure Fragen hier unter diesem Video, unter das Reel oder wo es auch jetzt immer steht. Also sprich unter das Video selber, nicht unter den Link zum Video, sondern bitte nach Möglichkeit unter das Video selber, sonst muss ich zu viel hin und her suchen. Und diese Fragen sammeln wir und dann machen wir dann ein Video draus. Eure Fragen an die Reef Factory, ob das jetzt die Technik ist, ob das Fragen für die Zukunft sind. Und alles, was ihr so wissen wollt. Stellt es einfach, fragt, ich nehme das auf und dann machen wir da ein Video draus und werden das in Einführungszeichen zeitnah veröffentlichen. Ich sage jetzt mal Zeitraum ein bis zwei Monate. Und dann kriegt ihr das dann in Videoform präsentiert. Ja, das war es eigentlich schon. Und ich würde mal sagen, haut in die Tasten ab und in die Kommentare fluten, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.